Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Und zwar habe ich wieder eine kleine Offline-Session eingelegt. Wir haben zum einen das Jagdgebiet abgeschlossen, und zwar diese komische Schockprüfung. Ich betäube Brührrücken und entferne die Unterbaubehälter. Es hat eine Weile gedauert. Erstmal habe ich natürlich die Feuerrüstung angezogen, weil ich hauptsächlich gegen den Feuerbrührrücken gekämpft habe. Dann ist mir aufgefallen, dass über diesen Unterbaubehälter noch eine extra Platte drauf war. Also einmal geschockt, dann habe ich die Platte abgeschossen. Dann ist er wieder aufgewacht. Danach habe ich den wieder geschockt. Und dann lagen die drei Behälter relativ frei da. Und dann konnte ich erst drauf schießen und dann hat es auch geklappt. Es hat natürlich eine Weile gedauert. Also vier, fünf Anläufe habe ich bestimmt wieder verbrutzelt. Dann haben wir natürlich wieder mal das Inventar aufgefüllt. Wir haben wieder fleißig Lohn gefarmt. Und ich habe auch noch ein kleines bisschen ein paar Fische gejagt. Da konnte ich auch noch zwei Beutel upgraden. Und dann sind wir zurück gereist nach Meridian. Um uns in den Sonnenpalast zu begeben und weitere Informationen zu erhalten. Also auf zum Sonnenpalast. Und dann werden wir mal schauen, was uns da erwartet. Gehen wir zum Sonnenkörig Awarat. Und dann treffen wir wahrscheinlich wieder unseren Freund wieder. Den schmierigen Ehrend. Aber jetzt reißt er sich ja bestimmt zusammen. Nachdem seine Schwester ihn kurz vor ihrem Tod ins Gebet genommen hat. Und er wird jetzt der Held. Was wird uns der König mitteilen? Mein Wodel wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy. Ja, das bin ich. Hallo. Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Erza. Dass sie schließlich doch tot ist. Er scheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde der Wahl suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Einen Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wahl. Sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja... Ein Hausbesitzer. Die Oseram haben in der ganzen Stadthäuser gekauft. Eins davon unter diesem Namen. Mal sehen. Es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Er rennt, warte. Denk dran, niemand hasst der Wahl mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann ich dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist ein Befehl. Eloy, ein Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erndt mir nichts über die Details von Erzas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort, hat sie gelitten. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Eloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Ich glaube, wir wählen jetzt immer Herz. Das Lagerhaus. Da ist bestimmt kein Derwal drin. Dann werden wir mal sehen, ob wir den oder diejenigen lebendig bekommen, die sich dann dem Lagerhaus verstecken. Vielleicht ist das auch immer eine Falle. Um uns hinterrücks zu erwischen. Was werfst du hier? Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frage mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Ja, das bei den Blumen haben wir schon mal. Habe ich schon mal. 10 Modell 1 haben wir. Davon haben wir noch 5 und davon haben wir 10. Also 1 und 3 können wir kaufen. Das machen wir doch mal. Zack. Und zack. Und jetzt sind wir gespannt, was da für ein Mist drin ist. Da gucken wir mal nach. 1000 Scherben. 40 Abriss. 49. Ja. Und Modskisten. Und hier. Nur Mods. Doch da oben auch wieder. Okay. Und jetzt. Warum eine Kiste, die eine zufällige Waffen- oder Outfit-Modifikation enthält? Ja, klar. Oh, jetzt sehe ich was. Okay. Hä, wieso ging das vorher nicht? Na gut, aber nicht die Welt, was da drin ist. Da kriegt er gleich wieder. Da kriegt er gleich alles wieder. Nein, ich will nur handeln. Verkaufen. What's? Kriegst du alles gleich wieder, Junge. Oh ja, hier. Hier, 10. 10. 10. Ja, das mit der Handhabung ist auch blöd. Später kriegt man bestimmt. Na, was heißt später? Ach, für 16 ist auch zu wenig. So. Aber grüne waren diesmal keine dabei. Ja, doch da hinten. Es kommen bestimmt noch größere. Ich freue mich. Hast du einen Augenblick Fremde? Mods. So, weiter geht's. Was willst du hier noch? Bist du... Rohstoffe. Ja, wenn ich da natürlich auch... Ne, die Linsen und Herzen habe ich alle. Ne, das habe ich alles. Das tut mir leid. Da brauche ich nichts. Aber weiter. Aber Echo Hüsen müssen wir noch kaufen. Na, hier rein geht's. Ne, draußen ist es. Ist klar. In der Loge ist es nicht. Da gucken wir uns hier draußen mal um. Da. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe. Sie muss da oben irgendwo auslaufen. Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Das ist ein kopferschämischer Sprengstoff. Gesichert mit berührungsempfindlichen Detonator. Kann ich das... Wenn ich versuche sie auseinander zu nehmen, geht eine Sprengladung los. Das wollen wir nicht. Da müssen wir mal gucken. Was hier hoch geht. Da ist ein Träppchen. Da ist schon wieder drin. Wenn diese Bombe hoch geht, wird diese Lohe ein Feuersturm entlang. Das ist wie Lohe. Wenn die Bombe unten hoch geht, passiert, was der Wahl gesagt hat. Nicht jetzt. Rauchverdunkelt die Sonne. Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich. Wir müssen das unbedingt verhindern. Reden mal. Geht das Ding gleich hoch? Ja, das geht gleich hoch. Da. Tja, aufhebeln. Aber dann bewegt sich ja die... Okay, die Tore gehen nach draußen auf. Was ist denn da draußen? Naja, aber wenn das explodiert trotzdem. Na gut, vielleicht... Okay, dann explodiert das nur mit Feuer. Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Das verstehe ich nicht. Geschafft! Der Wahls beste Chance! Und Meridian steht noch! Das ist nicht vorbei. Der Wahl sagt, der Avat soll Zeuge sein. Niemals! Dazu müsste er in den Palast einbringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich seh mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Aber ich soll hier alles in die Luft sprengen. Kann die Bäume doch bestimmt entschärfen. Das ist sowas örtlich. Ja, da gucken wir mal, ob wir noch was finden. Da ist was. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Aha. Da ist der Feind noch in der Stadt. Na, dann schauen wir uns mal die Sache an. Ja, löscht das Feuer, Jungs. Da geht's weiter. Ja, bist du noch mal? Gut, bei guter Farmer. Was sind die Loge? Ach, du Schatte, was ist das? Ne, das ist nicht die Loge. Ne. Was ist hier? Hm. Komisch, komisch, komisch. Das sind nur Leute. Ach, die Kiste. Kiste sind da noch. Ach, nach unten geht's natürlich, ist ja klar. Muss man es mal sehen. Vielleicht ist das auch eine Falle. Folge der Wahl in den Palast. Da ist der... Da ist der... Der Wahl hat einen Weg in den Palast gefunden. Gibt's hier noch Spuren? Ja, hier muss ich doch noch Spuren nehmen, oder? Scheinbar nicht. Hm. Na, dann gehen wir mal hier mal lang. Oder nach oben. Nach oben. Ne, nach oben glaube ich nicht. Nach unten. Gehen wir mal nach unten. Vielleicht gibt's da noch irgendwo... Aha. Da hat's immer schnell. Da geht's rüber. Na, da muss ich echt nach unten. Und dann rüber. Ja, das wird sein. Okay. Alle, hopp. Oh je. Nach oben, lass. Ach, das war klar. Hm. Ja, ja. Sehr gut. Lieber wär's mir gewesen, ich wär an so'n Donnerkäfer gestorben, oder so. Na ja, was soll's. Lass mal noch ein Stückchen auf dem Balken balancieren. Wo setzt er mich denn wieder ein? Okay, hier oben. Also nochmal. Das haben wir schon gesehen, das können wir überspringen. Hopp. Hopp. Halt dich. Puh, ich hab schon gedacht wieder. Jetzt bin ich wieder dahin, aber... So, jetzt lauf noch ein Stück und springe. Was ist denn das für ein Mist? Also wirklich, manches ist... Manches bei dem Spiel ist echt komisch. An allen anderen Stellen, da kannst du gar nicht groß anders springen, oder so. Das macht er dann alles von alleine, mehr oder weniger. Ja, aber... Aber hier... Das ist so komisch. Also wirklich total... Nee, du musst nach unten. Total komisch. Und jetzt musst du nach drüben. Hallo. Okay, und da springt sie auch noch akrobatisch. Als wenn's hier einen Preis zu gewinnen gibt. So, was soll ich hier machen? Aha. Okay. Hui. Was haben die gemacht? Die haben sich hier irgendwo lang gehalten. So. Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu Nörgeln, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sichern lieber deinen Hintern. Hab ich dich. Das war ein schöner Schuss. Wir gucken nochmal in die Tutorials rein. Die liegen gerade so schön da. Die Jungs. Aber ich glaub, das ist alles mit Maschinen, ne? Ja, das ist alles mit Maschinen. Können wir mal ein bisschen billige Pfeile nehmen. Hier, ihr Jungs. Was liegt denn hier? Ja, meinen Medizinbeutel hab ich natürlich auch aufgefüllt. Ist ja klar. Wenn wir schon mal unterwegs sind. Ja, da muss ich mal gucken, wo es hier lang geht. Bestimmt irgendwo hoch. Hier unter dem Wasserfall vielleicht. Ja, hier ist ne kleine Ort. Die Treppe ist aber schön unsichtbar gewesen. Boah. Cool gemacht. Echt super. Der Wal. Wo kommt denn hier die Sonne her? Ach hier, das eine Licht machte eine Helligkeit. Hier noch eine. So, ein Licht will ich auch. Okay. Da geht's zwar rein, aber... Ja, das ist ein Ex-Seite-Quatsch. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Sieh dich an, Awad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zum Meridian, Awad. Riech den Gestank. Und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe... Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein! Und keine kleine Rauchwolke! Ja! Tja! Ja, und weg. Da haben wir natürlich die Bombe entschärft. Was ist los mit Sonnenkönig? Was liegt hier? Die Sonnenkönige. Eine Aufzeichnung auf sonnengebleichtem Pergament. Die Glüven sind mit Gold verziert. Die Chronik der Sonnenkönige. Der Gründer Araman, der unsere Vorväter aus den Schatten des Wilden Ostens in die Feste des Tals führte, der die Zeichen der Sonne und des Schattens gleichermaßen las und sie zur Stätte des heiligen Meridians brachte. Der freigiebige Amawad, der die Rodung und die Aussaat auf den königlichen Maislanden überwachte, sodass niemand, der an der Gunst der Sonne wandelte, wieder Hunger leiden müsste, der den Dschungel des Juwels zurückdrängte, um Platz für die ersten Häuser des Sonnenhofs zu schaffen. Der vorausschauende Sadahin, der das Reich der Sonne nach Norden, Süden und Osten erweiterte und ein Tor im Hafen von Lichtenmarkt baute und der, bevor die Sonne am höchsten stand, verkündete, dass diese Lande als das Karja-Sonnenreich bekannt werden würden und beim Licht der Sonne sah, dass es gut war. Der großzügige Juwadan, der die Metallmärkte mit der Beute aus seinen eigenen Tramplerjagden versorgte und der den Handel mit dem Norden und dem Süden erlaubte und Fremde sogar die Zahlglyphen erlernen ließ, sodass sie sich auf mehr verstanden als auf einfache Tauschgeschäfte. Zavara, der Pilgersonnenkönig, dessen Turm auf dem Gipfel des Schleiergrads erbaut wurde und der das große Wasser des Tagesanbruchs überquerte, sodass das Sonnenreich noch weiter wachsen konnte und der zu Ehren dieser Reise Wappenbrück an der fernen Küste errichtete. Der kühne Irif, der die Reise der Sonne in den Westen als Herausforderung ansah und ihr mit einer großen Armee folgte, um dreimal bei den großen Schluchten des Schreckens zurückgeschlagen zu werden, bis zum vierten Mal, als seine Kohorte durchbrach und in den jenseitigen Ländern verschwand. Der kluge Basadit, der das Amt so unvermittelt von seinem gefallenen Bruder übernehmen musste, der den Bau der Festung Sonnenfall und der Garnison in Wappenbrück befahl und das Land dahinter zum verbotenen Westen erklärte, in den nur die Sonne ziehen darf. Kuwadin, der Rückkehrer, der den wilden Osten zivilisieren wollte und nach vielen Anstrengen erklärte, dass dieser den Ansprüngen des Volkes der Sonne nicht länger genüge und der die großen Türme und Mauern bauen ließ, um dieses wilde Land aus ihrem Schutz heraus zu beobachten. Ranaan, der Feuervogel, unter dem das Sonnenreich grundlos von der Tenak-Torte angegriffen wurde und der trotz des Protests seiner Berater seine Armee in den Kampf begleitete, unter der Sonne errang er den Sieg, doch er wurde so entstellt, dass er ab diesem Tag stets seinen Wappenhelm trug. Nahaziz, der ebenso Jäger wie Sonnenkönig war und der die stolzesten Männer der Adelsfamilien aufforderte, sich in Wettkämpfen unter der Sonne zu beweisen, der bestimmte, dass die Jäger der größten Maschinen zum ersten Sonnenhabicht und Habichten der Jägerloge ernannt werden sollten. Der erleuchtete Marzit, den die Sonne mit lebhaften und großartigen Visionen besuchte, die er in zahllosen Statuen und Fresken seines Antlitzes in Meridian verewigte und dafür seinen Sommerpalast in Sonnenfall die große Zitadelle errichten ließ, wo er weitermalte, bis seine Farbpigmente in unheilbar krank machten ihn. Hier war es, der ältere Bruder Marzit, der jede Familie mit männlichen Nachkommen dazu verpflichtete, ihre Söhne in den Dienst der damals geschwächten Armee des Sonnenreichs zu stellen und der die Kunsthandwerker anwies, sich von ihren Kunstwerken abzuwenden, um die Soldaten der Sonne mit den besten Rüstungen, Hellebarden und Bögen auszustatten. Jiran, der in seinen frühen Jahren ein starker Sonnenkönig war und das Sonnenreich gegenüber Griffe anderer Stämme und die Störung der Maschinen verteidigte, den jeder Verwirrtheit heimsuchte und er im Namen der Sonne großes Blutvergesen befahl, sodass uns eine Zeit der Dämmerung drohte. Erwart der Befreier. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben ja eine Fertigkeit zu vergeben. Ja, Ausweichrolle, Sprint ist langsam, ja, drei Pfeile, ja, wir machen, ja, wir machen das hier mal. Im Grunde brauchen wir aber von den ganzen, die jetzt noch offen sind, eigentlich gar keins mehr. Genau, wenn jetzt nicht irgendwas ganz extra Orbitantes kommt, wo wir es zwingend brauchen. Was ist denn jetzt, lag nicht der König hier irgendwo? Das ist er wahr, dann mit dem kann ich nichts machen, ja? Tut's will, mein Junge, auch komm. Und ist denn der, er rennt, liegt hier auch. Da hat er gerade so große Töne gespruckt. Und nur? Hm.